Was geht ab Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir wieder seit langer Zeit eine Nicht-Lachen-Challenge, aber nicht alleine, Freunde, sondern mit dem lieben ID-Talk. Was geht ab, Digga? Was geht ab, Leute? Ich hoffe, ihr seid gut drauf. Bist du bereit heute für die besten Fails und Wins und Stunts und so? Ja, ich bin, äh, ich kann auf jeden Fall sagen, ich bin sowas von gehypt darauf. Und hab auch das Gefühl, dass ich vielleicht heute lachen werde oder nicht mal sehen. Aber ich würde mal sagen, bist du bereit? Ja, ich bin auf jeden Fall bereit, Alter. Sehr gut, dann würde ich mal sagen, starten wir doch mal direkt, Freunde. Und Freunde, nicht vergessen, es ist auch noch ein Video bei ID-Talk online gegangen, wo wir auch noch eine Nicht-Lachen-Challenge gemacht haben und eine Nicht-Wow-Sagen-Challenge. Also auf jeden Fall auschecken. Aber hier, Digga, was passiert bei dem? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie gesagt, auf meinem Kanal ebenfalls Reactions zusammen mit Brocks, Leute. Auf jeden Fall. Und jetzt hier Checkpoint. Aber er hat den Checkpoint bekommen. Der Typ hat Pech. Er hat einfach Pech gehabt. Okay, was macht der jetzt hier? Ah, den Bullion. Musst du diesen Wagen auch schon wieder so eine... Oh mein. FBI, Open up. Weißt du, kennst du diese Momente? Ja. Du machst die Mission richtig. Außer nicht spawnen Polizisten, du hast keine Chance. Ja, es ist halt echt so, Digga, ohne Spaß. Er hat ihnen den Job abgenommen. Er hat ihnen echt den Job abgenommen. Okay. In der ganz normalen Welt... Ach. Ist ja jeden Tag Alltag. Normal, wer kennt's nicht? Alltag. Was, hab ich jetzt gelacht? Ich glaub schon, oder? Ach, verdammt. Hast du echt schon gelacht? Ja, nee, ich hab so'n ganz leicht... So. Was war das? Ja, der hat auf jeden Fall durch das Glas die Frau erwischt. Was war da denn los? Digga, der macht erstmal... Ratschlag. Also. Ein Auto, das Ratschlag macht? Trevor, abgeschützt mit dem Flugzeug. Will das wieder aufrecht bringen, oder was? Hey, Trevor, der einzige Typ, der Flugzeug aus dem Wasser wieder zum Flugzeug bringen kann. Ist weg. Ist im All... Safe, der landet auf... Nee. Das war so klar. Oh nein, das Auto genommen. Auto genommen, Digga. Ey, ich kann mir so vorstellen, dass das in meinem Heimatland in Polen einfach passieren wird. Jetzt hast du auch gelacht. Ja, scheiße mal. Okay, wir haben beide gelacht. Oh Mann, ey. Okay, also zwei Leben hab ich noch. Okay, eins, oder? Wie viel Leben? Ey, ich hab auch nur zwei oder ein Leben noch. Backstar, Digga. Das war Backstar, der Hund. Und jetzt hier, was machen wir? Oh nein. Oh nee. Montage sind wie? Ja. Oh. Ja. Oh nein, Digga. Also Montage sind echt so. Da kriegst du immer von hinten irgendwas. Oh nein. Chaos. Chaos. Weiterfahren. Nein. Oh mein Gott. Erinnerst du dich noch an dieses Rennen, wo jeder sich gegenseitig mit diesem Aufholen einen weggedrängt hat? Auf jeden, Alter. Er war einfach Erster. Der wurde von jedem. Der ist Letzter. Absolut. Er wurde voll weggehauen, Alter. Es tut so weh, Alter. Franklin, Digga, was machst du denn jetzt? Lässt du dich doch nicht einfach ranfahren, oder? Komm, hilf deinem Kollegen mal, Franklin. Was macht der denn? Oh, die Feuerwehr. Oh, der ist ein Hydra. Oh, also ein Hydra. Oh. Oh. Oh, dieser Stachel. Oh mein Gott. Der Stachel hat ihn voll erwischt. Und er brennt auch noch. Das sah so krank aus. Ich hab's so gefühlt. Er ist gegrillt. Er wird einfach gegrillt. Er hängt einfach darunter. Es ist sein neuer Wohnort. Einfach Barbecue-Beef. Nein. Oh, er hätt's doch jetzt fast geschafft. Wie hat sich denn die Hydra grad bewegt? Willst du? Oh. Strike. Verdammt. Der Polizei rauf wird an. Ey, ich hab weitergeleid. Ich hab ein Leben genug. Na ja, man muss sich zusammenreißen, ne? Schwierig, ey. Und werde ich hier der Gewinner von der Challenge? Ja, das will ich nicht, ey. Aber vielleicht steht's dann ja unentschieden. Man weiß es nicht, Digga. Man weiß ja nicht, wie es bei dir ausgegangen ist. Man weiß es echt nicht. Seht ihr Link in der Beschreibung auch oder in der Endcard, Freunde. Deswegen, Leute, in meiner Episode... Oh, war's auch schon ganz schön knapp, ey. Oh, Kiflom. 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 So, Michael. So, Pokémon, ey. Ja, ne? Verrat! Wenn das jetzt einer von denen wär... Ey, das ist ja der ganze Wagen voll von denen. Hast gelacht, Digga. Hast gelacht, Digga. Die eigenen Leute. Ja, moin. Das ist so ein Wehgeschlagen. So, Trevor, gönnt jetzt hier mal ein neues Quad, oder was? Weil... Ich dachte, die wäre schon durch, die Mission. Ich auch gedacht. Oh. Oh, give me a prank. Er hat ihn geprankt. Mhm. Aber so richtig. Nein, er hat gerade die Granate gezündet. Nein, Lord. Oh, nee. Oh, nee, der... Oh, nee, der... Oh, nee, der... Oh, schön. Das ging dann auch mal ganz schnell. Das ist mir oft genug selbst passiert bei dem Rennen. Hä? Ist mir noch nie passiert. Ein Boot umgedreht. Also, mir auch nicht. Heute mal doch. Hä, hast du jemals einen Kill unter Wasser gemacht mit dem Boot? Und ich nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Oh, nein. Das war die... Das war die Polizei. Das war sogar NPCs. Und die sagen, ob die... Ob die blind waren. Was ist da los? What? What? Das klingt gerade voll falsch, ne? Das klingt voll falsch, ey. Wenn man sich das Video nicht anguckt... 18 Mal hat er was gesagt. Nicht was sagen Challenge kommt als nächstes auf meinen Kanal. Ist so, Alter. So, hier durch die Feuerringe. Oh, das wird knapp. Das wird knapp. Oh, nein. Oh, nein. Oh. Kennst du dieses Video von Knossi, wo der auf diesem Reifen ist und wer der eine das nicht schafft, dann rastet der aus. Genau bei diesem Moment. Glaub schon. Bei diesen 17 Meter. Ach, ja. Das kenn ich. Der ist auch so ausgerastet. Das wollte ich gerade auch machen. So auf dem Stuhl springen. Spawnt das Flugzeug hier. Oh, oh. Oh, nein. Ich ahne, nichts Gutes. Pass mal auf. Jetzt kommt dieser Glitch. Was war? Es ist ein neues gespawnt. Oh, mein Gott. Ach, wirklich? Oh, oh. Zukommen. Das macht die Polizei. Die Polizei, die juckt das nicht. Also, die sorgen hier für rechte Ordnung in Los Santos. Ja. Dein Freund und Helfer, ne? Ja. Oh. Nein. Neues Aushängeschild. Ja. Oh. Kann man direkt da dran lassen. Oh, ne Spaß. Das könnte man auch als Epic Moments sehen. Oh, er hat seinen Kollegen erschossen. Naja, jetzt ist er halt der King. Was? Oh. Ich muss echt aufpassen. Affe am Fliegen. Oh, nein. Oh, mein Gott. Das ist aber der letzte Bankenwurf. Oh, nein. Die wollten alle auf cool runterspringen. Und wir sind so unfehlgeschlagen. Oh, nein. Alter. Oh, ey, das war knapp. Ich konnte gerade nichts sagen, weil, wie die gelacht haben. Ja. Alter. Man kennt es anders, ne? Ich meine, guck mal. Oh, ich vermisse diese alten Lobbys, ne? Energiewende braucht halt viele Windräder. Ich vermisse diese alten Lobbys, ey. Die kannst du auch nicht mehr im Umlandplatz, die müssen in der Stadt gemacht werden. Oh. Nein, das Auto. Oh, ich dachte, er überlebt das. Das hat es nicht gebraucht, das Auto. Ein Geist. Die sabotiert? Ein Geist. Die hat ihn voll sabotiert? Oh. Digga. Okay. Wenn er jetzt keinen Stern bekommt, dann weiß ich auch nicht. Oha, juckt die nicht. Hä? Das war gerade eine Frauenstimme. Das war aber ein Mann. Das war echt eine Frauenstimme. Ey, wie in einem Casino. Das ist halt dieser Türsteher vom Casino mit der Frauenstimme. Ey, er kriegt ihn nicht. Oh, nee. Er kriegt ihn nicht. Ey, das hat so Pech. Er hat echt übertrieben Pech. Ey, da spielt Spielchen mit Trevor. Aber ich mag das. Aber ich mag das. Hä? Du kannst ja niemanden damit treffen. Gegen dich. Oh, warte. Das war der Überfall. Der erste Banküberfall. Oh nein. Was macht der Kargobob? Was macht der Pilot? Banküberfall läuft schief. Flieg doch weg. Nein. NPCs kriegen es nicht hin, hochzufliegen. Bist du. Oh oh. Oh oh. Okay, erster Fail. Zweiter Fail. Hat nicht gezählt. Ah. Kollege. Oh mein Gott. Viermal in Folge, ey. Das ist schon. Hat ein Helikopter. Digga. Das ist auf jeden Fall rassierklingig unterwegs. Stützt du auch noch mal ab, Helikopter? Der macht jetzt Zirkusshow. Ey, das war lachen. Das war lachen, Digga. Scheiße. Ja, zwei, zwei. Der macht den Zirkusshow. Okay, nein. Ich habe noch ein Leben. Ein Leben habe ich noch, Leute. Ganz knapp. Hey, der steigt mit ihm auf. Das war ja nicht mal sein Freund von Franklin. Oh, der nächste. Ich glaube. Oh mein Gott. Aua. Kennst du das auch so? Ich kenne das. Der arme, sein Kollege. Oh nein. Hat er nicht gemacht. Aber er hat es ja überlebt, ne? Oh nein. Es geht wieder los. Alle auf ihn. Oder? Komm, er kann es noch befreien. Er kann den dritten Platz behalten. Vierter, fünfter, siebter. Ey, er kann auch nichts machen, ne? Gar nichts. Es tut weh. Einfach, er war wie der Erster. Und jetzt. Oh, es tut so weh. Oh. Wo sind die denn gelandet auf dem Maunchil hat? Oh, das ist ein Räuber. Hier. Genau. Räuberjagd. Der kriegt den nicht. Ein Räuber kommt jetzt. Der kommt da nicht hin. Oh. Warte, er kommt. Er kommt echt? Trust me, you're gonna do something, don't you? I'm already got to win. Ja. Ja. Der Räuber hat es anscheinend, ja. Nächste Rutschaft. Er war so nah. Er war so nah. Alter. Oh. Michael. Michael, Alter. Das ist ganz schön risky, was du machst. Wenn man abrutscht, aber er kennt es nicht. Klimmzüge am Panzer, auf am Mace Bank. Er kennt es nicht, Digga. Würde ich auch gerne machen. Aber der Panzer soll auf dem Boden sein, so. Oh, hier, die chinesische Version von GTA 5. Da sind Geister am Start. Chinesisch oder? Ich glaube, ja. Chinesisch. Ich glaube, das ist ein Chinesisch. Alter. Oh. Oh. Konnichiwa. Also, wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall auf den Like-Button. Checkt auf jeden Fall noch all die Zeug aus und auch noch da eine Folge, die wir aufgenommen haben. Unbedingt auch checken, Freunde. Wenn ihr es nicht macht, dann habt ihr einfach zehn Jahre lang Pech. Ist eure Schuld, wenn ihr es nicht macht. Und sonst, ja, abonniert auf jeden Fall unsere beiden Kanäle. Lasst auf jeden Fall ein Like da auf beiden YouTube-Kanälen. Lasst Liebe da, Leute. Lasst Liebe da. Auf beiden Videos 5000 Likes wollen wir hier sehen. 5000 Likes, Freunde. Das war es gewesen. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.